Ich habe andere Probleme. Eben, der ist vom DJ Timo. Ahhhh! Alright, DJ Timo, Jungs, do you want a bit to play Scream at Clip? That's good. Der ist von meiner Freundin gekommen. Grüßli. Alright. Merci, merci. Vielen Dank. Liebe geht raus. Crazy, Mann. Ahhhh! Ja, ich bin tot. Irgendj...